Diese Änderungen erwarten uns alle, also auch dich, im Juni 2023. Was sich nun ändert, welche Auswirkungen das hat und auf was wir uns alle nun einstellen müssen, zeige ich dir kurz und kompakt in diesem Video. Herzlich willkommen auf unserem Kanal. Mein Name ist Simon, ich bin der Finanznerd und heute geht es um wichtige Änderungen, die uns alle im Monat Juni 2023 erwarten und das sowohl finanziell, aber teilweise auch im Alltag. Denn da ändert sich im Juni einiges. Also, wenn dir das Format gefällt, dann lass uns gerne einen Daumen nach oben da und abonniere auch gleich unseren Kanal für mehr Videos mit Finanznachrichten, Aktienanalysen und nützlichen Steuertipps hier bei Finanznerd. Wir freuen uns auf dich. Und starten auch direkt mit der ersten Änderung im Juni 2023 und das sind die neuen Fahrgastrechte für Bahnreisende. Dass der eine oder andere Zug sich verspätet oder gar ganz ausfällt, braucht man wohl niemanden in Deutschland mehr erklären. Doch was sind dann unsere Rechte als Fahrgast? Genau das regelt ab 07.06.2023 die geänderte EU-Fahrgastrichtlinie. Ein paar Punkte daraus in Kurzform. Kommt der zukünftig am Zielort mehr als eine Stunde zu spät an, dann müssen 25% des Ticketpreises erstattet werden. Sind es mehr als zwei Stunden, kann man 50% zurückfordern. Aber es wurden auch neue Szenarien definiert, bei denen kein Ticketerstattungsanspruch mehr besteht. Nämlich bei außergewöhnlichen Umständen, die das Bahnunternehmen selbst nicht beeinflussen kann. Wie zum Beispiel extreme Witterung, Menschen auf Gleisen oder Kabeldiebstahl. Streik des Bahnpersonals zählt aber ausdrücklich nicht dazu. Neben der Erstattung des anteiligen Fahrpreises gibt es aber auch Erleichterungen für uns Kunden, was eigene Umbuchungen auch auf andere Bus- und Bahnanbieter für dieselbe Strecke angeht. Dies ist nun möglich, entweder mit Zustimmung des Bahnunternehmens direkt, oder aber wenn nicht innerhalb von 100 Minuten nach der planmäßigen Abfahrt seitens des Unternehmens eine Alternative angeboten wird. Die entstandenen Kosten muss das Bahnunternehmen dann für die Umbuchung erstatten. Es gibt aber auch Kritik von Verbraucherschützern an den neuen Richtlinien. Hinsichtlich zum Beispiel der nicht genannten Möglichkeit, auf Flüge als Umbuchungsoption bei Auslandsfahrten wechseln zu dürfen und auch bei Fahrten mit mehreren Teilstrecken und Tickets die Schlupflöcher für Anbieter, was Erstattung angeht. Änderung Nummer zwei ist die Sonderzahlung im öffentlichen Dienst und spätere Gehaltserhöhung. So einigte man sich für die über 2,5 Millionen Beschäftigten des Bundes und der Länder auf eine Steuer- und abgabenfreie Einmalzahlung von insgesamt 3.000 Euro. Diese wird nicht in einer Summe ausbezahlt, sondern es geht los im Juni 2023 jetzt mit zunächst 1.240 Euro anteiliger Einmalzahlung. Der Rest folgt dann mit jeweils 220 Euro netto extra in den Monaten Juli 2023 bis Februar 2024, sodass sich am Ende die genannten 3.000 Euro insgesamt ergeben. Anschließend folgt dann ab März 2024 eine Anhebung der monatlichen Entgelte, die aus einem Sockelbetrag in Höhe von 200 Euro bruttomonatlich über alle Entgeltgruppen hinweg besteht und zusätzlich nochmal 5,5% des vorherigen Entgeltes. Je nach Gruppe liegt die Lohnerhöhung also bei 8,45% bis zu 16,87% in der untersten Entgeltgruppe 1, wie du sehen kannst. Zumindest nach den vorläufigen Werten. Im Schnitt gibt es ab 1.3.2024 aber 10 bis 14% mehr und halt vorher noch zusätzlich die erwähnte Sonderzahlung. Ein tolles Ergebnis für die Beschäftigten im öffentlichen Dienst, das muss man zugeben, aber andere Branchen können wohl nur träumen von solchen Zahlen. Oder was sagst du dazu? Schreib es gern mal in die Kommentare. Etwas Widerstand regt sich aber noch zu den Zahlen, weshalb die Bundestarifkommission den Zahlen noch nicht final zugestimmt hat. Dabei geht es um Bedenken seitens des Kommunalen Arbeitgeberverbandes KAV in Sachsen über die Übertragung des Tarifergebnisses auf den sächsischen Nahverkehr. Änderung Nummer 3 im Juni 2023, 200 Euro geschenkt. Und das im Rahmen des sogenannten Kulturpasses 2023. Dafür wurde extra eine digitale Plattform als App und Website erstellt, mit dessen Hilfe alle Personen, die im Jahr 2023 18 Jahre alt werden, ein 200-Euro-Guthaben bekommen, welches zwei Jahre lang eingelöst werden kann. Und dies zum Beispiel für Konzertbesuche, Kino, Theater, Museen und Ausstellungen, aber auch Bücher und CDs. Um nur ein paar Möglichkeiten hierzu zu nennen. Die Plattform soll ab Mitte Juni 2023 verfügbar sein. Und wenn das Ganze ein Erfolg ist, könnte das Programm in einem zweiten Schritt auch für Jugendliche im Alter von 16 und 17 Jahren geöffnet werden, heißt es von der Bundesregierung. Große Verkaufsplattformen und Online-Fersandhändler sind allerdings ausgeschlossen, damit eher lokale Kulturanbieter besonders profitieren und keine Großkonzerne. Änderung Nummer 4, neue Krankenversicherungskarte. Zumindest für diejenigen gesetzlich Versicherten, die bis zum 31. Dezember 2022 eine elektronische Patientenakte beantragt haben. Diese Versicherten müssen nun laut Gesetz bis spätestens 30. Juni eine elektronische Gesundheitskarte mit kontaktloser Schnittstelle und PIN von der Krankenkasse ausgehändigt bekommen, soweit dies noch nicht erfolgt ist. Auf dieser Karte mit Zusatzfunktionen können neben den Versichertendaten auch medizinische Daten, wie zum Beispiel Laborergebnisse, Befunde, chronische Krankheiten und Allergien, aber auch Medikationspläne gespeichert werden. Änderung Nummer 5, neue Förderung, Wohneigentum für Familien der KfW. Das Programm wird unter dem Kürzel WEF 300 geführt und die Eckpunkte sind größtenteils bekannt. So soll es ab Juni die Möglichkeit geben, je nach Konstellation und Energiestandard bis zu 240.000 Euro als zinsgünstigen Kredit zu bekommen. Dafür darf das zuversteuernde Familieneinkommen allerdings 60.000 Euro im Jahr nicht übersteigen bei Familien mit einem Kind. Für jedes Kind im Haushalt unter 18 Jahren dürfen dann nochmal 10.000 Euro mehr verdient werden. Berechtigt ist dann der Bau oder Kauf von Neubauimmobilien, die mindestens den Energieeffizienzstandard 40 erfüllen werden und später vom Antragsteller auch selbst bewohnt sind. Bestehende Immobilien sind ausdrücklich ausgeschlossen und noch einen weiteren Haken gibt es. Es sind nur 350 Millionen Euro für dieses Programm bereitgestellt. Es könnte also wirklich schnell leer sein. Mal zum Vergleich, für den gern zitierten Vorgänger das Baukindergeld standen fast 10 Milliarden zur Verfügung. Deshalb auch die Änderung im Juni, über die wir dich gern informieren. Änderung Nummer 6, Antragsfrist für Energiepreispauschale Rentner. Wer bisher als Rentnerin oder Rentner die 300 Euro Energiepreispauschale noch nicht bekommen hat, kann diese laut deutscher Rentenversicherung noch bis zum 30. Juni 2023 beantragen. Änderung Nummer 7, Galeria Karstadt Kaufhof schließt Filialen. So sollen bis spätestens Ende Juni 2023 etliche Filialen von Galeria Kaufhof und Karstadt schließen, wodurch leider wohl viele Mitarbeiter ihren Job verlieren werden. Das eine oder andere Schnäppchen wird es aber wahrscheinlich zur Schließung geben für die Schnäppchenjäger. Nun noch zwei Änderungen im Juni in Kurzform, nämlich zum einen der Start der Sommerferien in NRW. Vom 22.06. bis 4.08. gehen diese und der Rest des Landes zieht erst im Juli nach, wobei Bayern als letztes vom 31.07. bis 11.09.2023 dann dran ist. Außerdem noch, der bundesweite Apothekenprotesttag ist für den 14.06.2023 geplant aktuell. Wer an dem Tag dann Medikamente benötigt, kann diese aber dennoch bei den Notdienstapotheken bekommen. Das waren einige der Änderungen für den Monat Juni 2023. Natürlich konnten wir nicht jede Änderung in dieses Video mit aufnehmen, also schreib uns doch gerne in die Kommentare, wenn wir einen für dich wichtigen Punkt vergessen haben. Dann hilft das der gesamten Community. Und was meiner Meinung nach jedem Steuerzahler von uns massiv helfen kann, ist die neue Auflage meines Buches 100 Steuertipps und Tricks in der Version 22.22.23. Mit allen aktuellen Werten, 50 gänzliche neuen Seiten mit neuen Steuertipps für die Steuererklärung, aber auch wie man sein Netto erhöhen kann und vieles mehr. Den Link dazu findest du unten in der Videobeschreibung. Viel Spaß und Erfolg damit. Und außerdem entschuldige bitte heute meine Stimme, die regelmäßigen Zuschauer werden es gemerkt haben. Ich bin leider nicht ganz fit, aber dennoch kommt für dich und euch natürlich dieses Video einmal im Monat. Deshalb würde ich mich in diesem Monat besonders über einen Daumen nach oben für dieses Video freuen, als kleine Unterstützung und Genesungshilfe für mich. Und natürlich, wenn du unseren Kanal abonnierst, für mehr regelmäßige Videos rund um Finanznachrichten, Aktuelles und Steuertipps. Vielen Dank dafür und bis zum nächsten Video. Dein Finanznerd Simon.